Ja, er meinte halt, die Zeit ist auf unserer Seite. Hat er wohl recht. Der sieht so ein bisschen aus wie Inspektor Gadget, ne, oder? So ein klein bisschen. Wie so ein kleiner Pedobär, ne? Um, es ist hier noch nicht mehr. Ja. Du kannst es sagen, dass die Kampus ist jetzt anders. Und du hast sie gehört, als alle geblieben sind. Es könnte auch gehen, oder? Samuel, denkst du, dass wir alle ein Besten haben? Ja, ich glaube, Max. In vielen verschiedenen Lebensjahren, natürlich. Of course. Kate Marsh believed in something different, so that's her destiny. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits, like her friend Max. I hope she finds them now. Have you seen Nathan Prescott around? I try not to. Whoa. You really don't like Nathan. How come? Samuel likes everybody. Until they give him a reason not to. He did. Well, okay. Enough said. You know a lot of Blackwell's secrets, so I thought you could help me. Max, I'm a custodian, not a psychic. I can only help by wanting you to be careful. Do you ever talk with David Madsen? Not since he was suspended, but then I wouldn't talk to him. Only listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to him. Hi, Tyrion Prime. Tyrion Prime? Hi, hallo. Hallo, welcome to the Let's Play Live Show. Hallo und willkommen. Ah, Deutsch. Was ist jetzt mit der Chloe? Mädchen mit blauen Haaren. Ja, wir haben sie quasi nochmal gerettet. Wir sind nochmal zurückgegangen. In die Vergangenheit. Nochmal über das Bild gereist, weil sie hat uns quasi, ja, so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Aber falls du es wissen möchtest, wie gesagt, schaust hier das ganze Let's Play nochmal, weil es ist hier quasi auch gleichzeitig ein Live-Let's Play, weil ich werde die Folgen auch hochladen auf YouTube. Kannst du es da nochmal genau angucken, auch den Stream, den Livestream, dann verpasst du gar nichts. Weil das Ganze jetzt zusammenfassend, wie gesagt, ich kann nur kurz erläutern, im Gesetz, sie haben uns die Pistole auf die Brust gesetzt. Hilf uns zu sterben. Sag nein oder ich hab keine Ahnung. Und ja, dann sind wir zurückgereist in die Vergangenheit über das Bild wieder und haben sie somit quasi gerettet und sind wieder quasi jetzt wieder an dem Standpunkt von Episode 3 Anfang quasi oder Mitte. Und ja, sind jetzt hier. Ich hoffe, ich konnte dich damit wissen, ich hoffe, ich hab den Namen richtig ausgesprochen. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Ich hoffe, ja, wenn ich bitte berichtige mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, der weiß so viele Sachen. Also der ist ganz schön auf Scheibe, ne? Was wir so alles so erzählten, alles, ne? Und so, ja, das Wetter und alles so, das ändert sich. Und ne? Max, du siehst deine Dinge durch die Kamera und alles. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist ganz schön auf Scheibe. Wie kann man jemanden erklären, all diese poor beached whales? Mein Vater war ein Fischerer, und er hat mich raus, um zu hören, die whales singen. Und jetzt, sie, sie, sie schreien. Sie sind nicht alleine, diese Tage. Ich fühle mich so powerless. Oh, nein. Nein, du bist das Gegenteil von Powerless, Max. Du denkst, so, Samuel? Du und Arcadia Bay sind mit Zeit und Zeit verbunden. So, nächste Woche, wenn ich eine Frage habe, ich komme zu dir. Oh, ich bin glücklich, dass deine Squirrels immer gesund und glücklich sind auf der Kampus. Ich bin auch. Wenn etwas zu ihnen passiert, dann... Oh. Nicht so lange, als du hier bist, um sie sich anzusehen, Samuel. Das nur was, was sie schützt, ist Essen. Viel Essen. Was mich daran erinnert, dass ich sie jetzt fütze. Jetzt können wir das Eichhörnchen doch noch fotografieren, oder? Ich bin fasziniert. Als Michelle Grant, ich bin sehr froh. Wie würdest du einen Partner für einen kurzen Fotografie-Op? Auf jeden Fall. Wie würdest du einen Partner für einen kurzen Fotografie-Op? Hey, ich will ein Fotografie-Op. Wir alle sind für uns alle diese Tage. Wie würdest du die Fotografie-Op? Hier gibt es die Fotografie-Op. 155 heute schon. Kriegen wir ein Foto jetzt? Hallo, ich würde gern ein Foto. Ein Partner. Ah, jetzt hier ein Foto. Foto! Jawohl. Sehr schön. Neues Foto. Sauber. Geil. Cool. Range Finder. Gerade die Trophäe halt. So, gehen wir mal zu Chloe. Justin, it's been so long since I've seen you. I can tell that Justin is really into Chloe. Way too much shit going on, man. Chloe fits in so easy with Justin. Ich war auch sehr geschockt, bin ich ganz ehrlich. Too real private. Ich war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr mitgenommen bei der letzten Episode zum Ende hin. War ich sehr mitgenommen, auch gerade noch am Anfang dieser Episode. ganz schön krass. Also, noch nie so mitgefühlt mit Charakteren in Video-Spielen. Und ich bin jetzt auch nicht so der große Englisch-Held, bin ich ganz ehrlich. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir Nathans Room finden. Wir sind 18. War Nathans Room nicht hier rechts rum? Okay, Toilet, Papier, okay. Das gehörte normalerweise eigentlich ins Badezimmer. Aha, shit. Dog, thank, thank. Welcome to Blacksmell. Finde ich geil. Was? Kenne, Hart, Art? Das soll, glaube ich, der Direktor sein. Bigfoots, Goat, Bigballs. Zack oder Logan. Wer weiß. Bro's got a bro. Ja. Bigfoots hat große Eier. Das muss Nathans Raum sein. Das muss Nathans Raum sein, von dem Raum. Wie ich Raum ausspreche, Raum. Okay. So kommt man natürlich auch rein. Ui. Ein Beamer. Was ist das denn? Was war denn da gerade zu sehen? Okay. Alter, Bastard. Die kostet so viel Geld, so viel Geld hab ich gar nicht. I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescot's rule. Mhm. Ähm. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. The best son in the world. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. That is so Chloe. We need to talk. Hey Arschloch! Wir müssen reden! I'm going to tell everybody what you did. Ähm. Okay. You're going to pay... Motherfucker. You're going to pay, Motherfucker. Du musst mich eigentlich bezahlen. Du Motherfucker. Ich hab... Hab ich nicht gesagt. Entschuldigung. Whale-Songes? Maybe this is the only soothing thing, Nathan ever hears. Mhm. Das muss sein, das Lampen, die Chloe gebrochen hat, als Nathan sie verheiratet. Ein wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich, der Dragon LP. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich glaube nicht, dass ein Buch die Prescotts die Prescotts nicht verheiratet wird. Schön, dass da bist. So. Willkommen zur Episode 4 von Life is Strange. Die auch auf YouTube landen wird. Wohlgemerkt. Prescott Pills. Look. Wir müssen... Wir müssen doch... Schauen wir mal. Schauen wir mal in den Computer. Nathan ist weit in diese Party. Schade. Okay, er will auf jeden Fall auf diese... Okay, wer kennt nicht die Seite YouRole? Die neue Seite YouRole. Da lade ich übrigens meine Videos mal hoch von By YouRole. Oh Mann. Sean Prescott könnte Nathan's real Problem sein. Too bad, Nathan ist nicht mehr wie deine Säte. Sie klingt großartig. Und weit weg. Ja, Nathan sure needs Diapils. This is strong stuff. Das ist sehr harter Stuff. So, was war hier post da? Nathan likes his tortured subjects way too much. DVDs? These films all have a dark pattern. Krass. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. Ja, wir erinnern uns. Das ist übrigens die Waffe, mit der er Chloe bedroht hatte. Ganz am Anfang des Spiels, also ganz am Anfang der ersten Episode. Ihr erinnert euch? Ich würde auch schreien, wenn ich ihn für einen Vater hatte und diese Säte hatte. Scheint irgendwie der Vater so zu sein von Nathan. Nathan sah da nicht sehr glücklich drüber aus. Er hat immer... Ich glaube nicht, dass diese Preskription geholfen hat, Nathan. Aber ich frage mich, wo finden wir... Das sieht aus, als ob die Couch verrückt worden ist. Können wir die Couch verrücken? Natürlich. Wir haben sein Telefon gefunden. Sehr schön. Sauber. Cool. Genau, bevor Nathan zurückkommt. Müssen wir natürlich jetzt erstmal ganz schnell verschwinden. So. Wir haben's. Chloe, wir haben's. Uh-oh. Woa. Okay, unsere nächste Entscheidung, die wichtig ist Sollen wir jetzt Warren aufhalten? Naja Oder sollen wir einfach zulassen? Also zugucken Könnt ihr jetzt mitentscheiden wieder? Ich bin ein bisschen unschlüssig eigentlich Weil eigentlich hätte er es ja verdient, ne, der Nathan Wäre es auch schon glücklich, wenn man einfach einen Matrosenanzug antragen muss Ja, da hast du vollkommen recht, ja Muss ich dir sagen Diese Dragon LP, das stimmt wohl Da sieht man da nicht glücklich aus Da hast du vollkommen recht Zugucken, lassen, okay Ja, dann machen wir das doch Schläge muss es geben, Schläge Genau, immer druf, immer druf da Ein bisschen mit Ja, wir müssen gehen Ein bisschen Mitlatt habe ich jetzt schon doch noch mit ihm, ne, keine Ahnung Ich, äh Ich habe jetzt echt gedacht, sie erschießt ihn Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, bin ich ganz ehrlich Naja Aber und dann wie ein Mädchen weinen Herrlich Er ist die große Welle mit der Waffe Vielen lieben Dank Jetzt ist es zu spät, Dragon Du wolltest so, du wolltest Schläge Also zumindest, dass es es zulässt Nein, aber wie gesagt, ich hatte auch ein bisschen Mitleid jetzt eigentlich Das ist ja so ein bisschen so die Situation, ne Weil man sagt ja eigentlich Ja, Schläge, ne Ah ja, und dann eigentlich hat er sie auch verdient und so Aber dann irgendwie, wenn man ihn dann so leiden sieht, ne Ja, das ist Muss man mit sich selbst so ein bisschen Frank always answers when he wants money Vereinheitlichen Das ist so Das ist ja genau dasselbe mit der Entscheidung vorhin gewesen Mit, äh, ja Hilfen wir ihr zu sterben Oder Lieber nicht, oder Ich habe keine Ahnung Ähm Ja, war ja die dritte Antwort Ich habe keine Ahnung Ich, ähm Das Spiel ist schon echt der Hammer Also ich hoffe noch, dass sie gesagt noch mal auf Deutsch kommt Also deutsche Untertitel zumindest Und deutsche Texte Hallo Framerate Und wir sind wieder in der Nähe vom Leuchtturm, glaube ich So, wenn ich das richtig sehe Verstehe ich nicht Ich bin wirklich Ich bin wirklich Obviamente ich bin nicht auf dich Ich bin nicht auf dich Das ist warum ich habe ein Gehirn Und ich könnte sogar sogar sagen Ich werde dir sagen Ich werde dir sagen mich nicht erst mit der waffe drohen dann heulen angeber deutsche untertitel addon kommt wahrscheinlich okay ja für den pc gibt es ja so ein patch beziehungsweise so ein so ein ja von von ich glaube von usern gemachte übersetzung glaube ich gibt sowas ich hoffe natürlich dass es noch mal kommt dann werde ich noch mal mit euch zusammen auf deutsch schon mal spielen natürlich und hoffentlich bitte hoffentlich ist denn jetzt ach nee da oben ist der leuchtturm ich erzähle totalen quatsch wie immer sobald alle episoden raus sind ja das wird wahrscheinlich natürlich auch so gewünscht das ist so klar ich glaube ich bin glaube ich auch nicht der einzige sich das wünschen so was haben wir denn hier stehen ich schaue mich noch mal eben kurz um und auch für dich auf youtube willkommen zu life is strange das jetzt eingeschaltet das bist du wahrscheinlich bei der dritten folge und da sehen wir die wale liegen die wale sind ja alle gestrandet kommen wir da hin irgendwas stimmt hier nicht irgendwas geht hier gehörig falsch ja ich hoffe natürlich auch dass irgendwie sowas kommt die optik power trophäe halten ja ja rabbisch dann und boitle take the trash out sometime dude take the trash sometime dude this is where frank ponders his existence and gets drunk Chloe looks ready to rumble ja sie sieht aus wie ready to rumble also los geht's oh look the wonder twins you should have come alone she's my partner yeah our bodyguard so let's get the business where's my fucking money geben wir ihm das Geld oder geben wir ihm nicht das Geld was machen wir denn als wir da ist wieder so eine schwierige Entscheidung für ihm halt dass das Geld geben was Chloe schuldet oder halt lieber nicht das könnte natürlich wieder zu einer auseinandersetzung gekommen nicht gehen sondern kommen könnt ihr gerne mal in den in den Chat schreiben oder in die Kommentare schreiben einfach mal was ihr machen würdet ja natürlich kann es unterschiedlich ausgehen das Geld behalten ist Chloe natürlich auch sehr sauer uns er natürlich auch gib ihn damit der Chloe in Ruhe lässt was meinen die anderen denn haben die anderen noch irgendwie eine Meinung ich warte noch mal eben kurz auf den Chat Prost zusammen ich glaube ich glaube 2 gegen 2 war es jetzt glaube ich gewesen denn kann das sein äh ja Tyreal Prime sagt warten GoTalks sagt geben Hartseiler sagt warten Franzi sagt gib's ihm jetzt bin ich in der Zwickenmühle was soll ich denn machen haben wir doch noch jemanden irgendwie der zuguckt der noch irgendwie eine Idee hat oder so was ich tun soll erstmal Hallöchen an alle die da sind Alex ich grüße dich Willkommen Batman Karl of was Karl of Hypot 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 Ich grüße dich Dixi Heißt Eurosonne Franzi Gotox Hartstiler Klangkastbar Niki Tazmiya Äh The Redden Dragon LP und Tyreal Prime Ich grüße euch herzlich So was haben wir denn Warten gib's ihm Gib's ihm Okay gib's ihm Gut da haben wir jetzt schon mal Jetzt ist es schon wieder ausgeglichen Ich gib's ihm Hatzel Er hat zweimal zählt nicht Ich warte noch Ich Ich Oh really Then why did you text me that you did Denn ich wollte dich in person erzählen. Ich bin wirklich verletzt, Chloe. Jetzt, warum sind Sie wirklich hier losers? Wir wollen nur ein paar Fragen stellen. Du hast ein paar Serien-Lady-Balls. Nein. Jesus, okay, okay. Aber ich werde dich nicht hoch. Frank, wir sind nicht hier, um hoch zu hoch. Nein, du bist nicht der Typ. Nicht wie Chloe, hier. Also, was ihr Hartei-Boys wollen? Nur die Namen von ein paar von deinen Kunden. Oh, ist das alles? Oh, warum hast du mir einfach gesagt? Wie kann ich dir einfach die Schlüssel zu meinem R.V. während ich bin? Du wirst nicht das, Mann. Das ist für eine gute Grunde. Nein, Mann, ich nicht das. Du wirst nicht das, Mann. 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 Du wirst nicht mehr als ich. Nein, nein, ich bin nicht. Ich... Ich... Oh, Gott. Ich liebe dich, Blackwell-Balls. Du wirst alles für frei. Du wirst nicht mehr Handouts von mir. Ich arbeite für ein Leben. Du wirst? Ja, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch? Get it? Set the fuck back now! Whoa. Whoa. Your fuckin' killed my dog! Oh my god!